Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars. Darf ich vorstellen, das ist der neue Nissan NV300 Kombi, der ab Mai 2021 europaweit erhältlich sein wird. Der bis zu neunsitzige Transporter fährt mit neuem Komfort-, Konnektivitäts- und Sicherheitstechnologien vor. Den Vortrieb übernimmt ein neuer in drei Leistungsstufen erhältlicher 2-Liter-Dieselmotor, der die Abgasnorm Euro 6D erfüllt. Die komplett überarbeitete Fahrerkabine soll eine unverändert hohe Flexibilität bieten. Der Nissan NV300 ist wahlweise mit 5, 6, 8 oder 9 Sitzen konfigurierbar, sodass Kunden je nach Bedarf zwischen vielen Sitzplätzen oder noch mehr Transportraum wählen können. Das Cockpit erinnert mit seinem Armaturenbrett, das von Chrombedienknöpfen und einem dunklen Carbonmuster geprägt ist, an hochwertige Pkw. Äußerlich verleiht der neue Kühlergrill dem NV300 ein ebenso robustes wie dynamisches Aussehen. Die Frontpartie mit integrierten LED-Scheinwerfern und dem markentypischen Tagfahrlicht unterstreicht diesen Eindruck ebenso wie die optionalen 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Ob unterwegs mit der Familie im Kollegenkreis oder als Personentransporter, für mehr Sicherheit und Komfort sorgen fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme. Der NV300 fährt je nach Ausstattungslinie mit Totwinkelwarner, Spurhalterassistent, Verkehrszeichenerkennung und Abstandswarner vor. Zwei verbesserte Frontairbags, die man hoffentlich nie sieht, für die Beifahrerseite sollen das passive Sicherheitsniveau erhöhen. Für Unterhaltung sorgt die ausstattungsabhängige Onboard-Konnektivität. Im Mittelpunkt steht dabei das Nissan Connect-System, das nicht nur Infotainment und Navigation miteinander verbindet, sondern auch das Smartphone via Android Auto oder Apple CarPlay direkt ins Fahrzeug einbindet. Persönliche Apps können so auf dem 8 Zoll großen Multitouch-Bildschirm genutzt werden. Unter der Motorhaube arbeitet ein 2 Liter Diesel, der in drei Leistungsstufen zwischen 81 kW, also 110 PS, und 125 kW, sprich 170 PS, sowie bis zu 380 Nm Drehmoment entwickelt. Der Vierzylinder, der über einen Turbolader mit variabler Geometrie verfügt, erfüllt nun die neueste Abgasnorm. Als Alternative zum serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe steht für die mittlere 150 PS Motorisierung optional für das Topmodell serienmäßig ein Doppelkupplungsgetriebe bereit. Ob der NV300 Kombi auch mit anderen Antriebsformen auf den Markt kommt, steht derzeitig noch in den Sternen. Aber was sagt ihr zu den Updates? Schreibt es mir mal in die Kommentare, lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst es ganz genau. VoiceOver Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. nosso saad am financial. sehr 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 Vielen Dank.